Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Was packt man am besten in die Schnellwahlplätze? Die Schnellwahlplätze, ich drücke mal aufs Touchpad, relativ oft, dann kommt man dahin. Schnellplätze verwalten. Drei Stück habt ihr. Oben ist eure Reittierkampfkraft, die stellt ihr bei den Reittieren ein. Drei Stück habt ihr und die könnt ihr individuell gestalten, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Ein Platz ist eigentlich immer reserviert für Heilsteine, Heiltränke, je nachdem, was ihr da bevorzugt. Damit man sich im Kampf auch mal heilen kann und nicht immer auf den Heiler angewiesen ist, sondern sich selber mal retten kann. So zwei Plätze gibt es dann noch und da hat sich eins herauskristallisiert, nämlich dass man irgendetwas nimmt, was die Prozente eurer persönlichen Werte steigert. Je weiter ihr kommt, desto mehr solltet ihr ja Richtung 90 Prozent im Kampf von euren für die Rolle wichtigen Werten haben und da gibt es mehrere Teilchen, die Prozente steigern. Hier zum Beispiel, sobald ihr das Ding drin habt und drückt, habt ihr 2,5 Prozent Kampfforteil. Zusätzlich erhöht das hier den Schaden gegen Drau und ich bin ja ein DD, deswegen Kampfforteil ist schon richtig gut und es gibt dann eine der folgenden Wirkungen, das ist immer so eine Zweierkombi. Hier wird der Crit Wert und Ausdauerregination erhöht um zwei Prozent oder ich bekomme die Zielgenauigkeit und Aktionspunkte oder die Kraft und Wiederaufladetempo. Jeweils zwei Prozent, hält richtig lange, hat sich für ein DD bewährt. Alternativen für die Prozente gibt es zwei weitere, nämlich die Macht erfüllte Schuppenkette, die eher die Defensivwerte steigert. 3 Prozent Wahrnehmung und dann eine der folgenden Wirkungen dazu, Kraft 2 Prozent, Verteidigung 2 Prozent, Crit Vermeidung 2 Prozent, Robustheit, Ausdauerregination 6 Prozent und kritischen Trefferschaden. Das sind eher Defensivstats, damit ist das auch eher was für die Tanks, die sowas verwenden. Als DD hat man lieber eher Offensivwerte, aber das ist auch das erste Teil, dass ihr farmen könnt, wenn ihr nämlich Schuld erreicht habt und da ein Umu, dann muss man besondere Gegner kloppen, paar Wartelisten laufen und dann hat man die Teile, um diese Macht erfüllte Schuppenkette auch aufzuwerten auf Mythisch. Da gibt es ein extra Video hier auf dem Kanal auch dazu und das wäre das erste Ding, das Prozente steigert, das ihr in eure Schnellwalttasten packen könnt. Das nächste Ding, das man bekommt in der Kampagne Höllenfahrt nach Avernus, wenn ihr in Wallenhaas angekommen seid, bekommt ihr den Kasten des Schmieds und auch den müsst ihr aufwerten. Auch dazu gibt es ein Video auf diesem Kanal, auch da wieder besondere Gegner, heldenhafte Begegnung und 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 und. Und das ist das erste Ding für die Schnellwalttaste, wenn man nach der Reihenfolge der Erscheinung der Kampagnen geht. Da gab es zum ersten Mal Kraft 3%, sobald man den Kasten gedrückt hat. Und dann gibt es Offensivstats für DD, Damage Dealer, kritischen Trefferwert, Zielgenauigkeit, Kampfvorteil, kritischen Trefferschaden, Aktionspunkte und Wiederaufladetempo. Vorher hatte man die Defensivstats der Schuppenkette, dann konnte man endlich als DD auch Offensivwerte bekommen. Und dann kam die Kampagne Ausläufer der North Stark und da konnte man denn das perfekte Spinnentotem farmen. Auch eben sehr gut für Damage Dealer und ich habe das genommen, weil hier ist dann permanent der Kampfvorteil um 2,5% erhöht. Kraft brauche ich nicht mehr, denn in den Gruppen, in denen ich laufe, wird der Raptor in den Gefährtenbonus gespielt und der Raptor gewährt pro Teilnehmer in der Gruppe 3,8% Kraft. Deswegen brauche ich die Kraft nicht mehr von dem Kasten des Schmieds, sondern dann nehme ich lieber die 2,5% Kampfvorteil, die ich immer habe. Und dann, je nachdem, kritischen Trefferwert, Ausdauer, ziege neue Redaktionspunkte, Kraft und Wiederaufladetempo, jeweils ein oder dazwischen. Das passt für meine Werte besser, aber das ist wahlweise. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Und zwischen den drei Dingen kann man leicht und locker mal wählen, wenn man noch ein paar Werte benötigt. Und man kann auch immer nur eines davon nehmen. Also entweder Kasten oder Kette, nicht mehrere von denen gleichzeitig in die Slots packen. Und dann habt ihr noch ein Slot über und da kann man sehr individuell machen, was man möchte. Ihr könnt Schaden sammeln. Schaden im Sinne von Single-Target-Schaden. Hier habt ihr zum Beispiel die Eulenbärfigur, die das Ziel angreift mit 1000 Schadenstärke. Das ist ein riesiger Rums. Dann müsst ihr eine Minute warten. Aber für Artefaktphasen, wenn man irgendwelche Meister-Dungeon läuft und dann Boss niederknüppeln muss, dann macht das Ding schon richtig Schaden. Die Alternative für Single-Target wäre der Jagdfalke von Neverwinter. Der hat nur 630 Schadenstärke, aber macht auch sehr guten Schaden und ist alle 30 Sekunden wieder da. Muss also nicht eine Minute warten, sondern kann den einfach zweimal in der Minute werfen. Oder für Mops. Das heißt, bei Gruppen macht das Drachenfeuer Sinn. Das ist ein fliegender Drache, der denn einfach Feuer speit. Die Schadenzahlen variieren, je nach Gebiet. Ich bin hier in einem niedrigen Gebiet, deswegen wundert euch nicht. Das kann auch deutlich höher sein. Aber es macht halt Schaden auf mehrere Gegner. Dann gab es mal den wundersamen Drachen. Das war eine extra Spezialaktion. Musste man aufwendig Dracheneier sammeln, tauschen und hatte denn einen dieser Drachen. Der beste ist halt der Mythische, der halt alles gleichzeitig gewährt, nämlich Schadensresistenz und Schaden gegen Drachen. Aktionspunkte zu gewinnen, Gold zu gewinnen und eine Chance auf Erhalt von Rohastraldiamanten. Hatte man die niedrigeren Varianten dieser Drachen, denn gab es immer nur eins davon, nämlich entweder Schaden gegen Drachen oder Schadensresistenz gegen Drachen oder Aktionspunkte zu gewinnen oder Gold zu gewinnen. Das war denn alles getrennt. Aber die sind mittlerweile nicht mehr zu kriegen. Und wenn denn nur im Auktionshaus und das gegen richtig viel Astral, es lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht mehr wirklich. Das wundersame Dingsbums aus dem Gond Event, das kann man werfen und das trifft dann einen Gegner und vielleicht noch ein paar Gegner in dessen Nähe. Erhöht aber nur eure Schadensstärke um 125, was echt ein bisschen wenig ist. Und dann habt ihr noch eine Chance, dass es kurzzeitig gelähmt wird. Aber das lohnt nicht wirklich. Früher war das mal richtig, richtig gut. Jetzt ist es so, naja, also wenn ihr nichts anderes habt, außer Gond Event gefarmt und dann habt ihr das, dann ist das schick. Aber ansonsten sucht lieber irgendwas, was richtig Rums macht. Genauso wie das hinreißende Taschentierchen, auch ein Ding, was man bei einem Event bekommt, lohnt sich nicht wirklich. Erstens ist die Wiederaufladezeit mit 600 Sekunden richtig lang und dann gibt es nur einen der folgenden Effekte. Reduziert Bedrohung. Naja gut, das ist kein wirklicher Wert für einen DD, den möchte man nicht haben. Also Bedrohung ist zwar nett, wenn die weniger ist, aber wozu? Dafür haben wir einen Tank in der Gruppe. Kritischen Trefferschande erhöhen wäre nice, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Bekomme ich den oder bekomme ich weniger Bedrohung? Oder meine Wahrnehmung wird um 500 Wert erhöht, das macht noch weniger Sinn. Oder Aktionspunkt um 1%. Also das ist so, wenn man gar nichts anderes hat vielleicht. Aber nee, also ich würde es nicht nehmen. Auch aus Events Liras Glocken, da gibt es 3 Stück, wenn ich mich nicht irre. Diese Glocke erhöht den Schaden des Gefährten um 30%. Allerdings, wenn ihr draufklickt, sind das nur 10 Sekunden, die der Gefährte mehr Schaden macht. Also nicht die ganze Zeit über. Das ist leider ein Irrglaube. Und ihr müsst dann 120 Sekunden, also 2 Minuten warten, bis ihr es wieder klicken könnt. Und das ist also wirklich auch nur gut, wenn jetzt ein großer Schwamm an Mobs kommt und ihr es dann klickt. Oder ihr macht eine Artefaktphase und der Gefährte soll mit drauf donnern. Aber so richtig, ich weiß nicht. Diese Glocke erhöht das Wiederaufladetempo der Kräfte eures Gefährten. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube die Glocke funktioniert nicht. Oder diese 10% sind irgendwie nicht festzustellen. Also mit der Stoppuhr habe ich es noch nicht gemerkt, dass das irgendwie anders wäre. Aber gut. Diese Glocke heilt euren Gefährten. Das heißt, der Gefährte stirbt ja auch manchmal in irgendwelchen Flächen. Oder wenn er auf die Mütze von zu vielen Mobs kriegt mit der Glocke, könnt ihr ihn sofort wieder aufstehen lassen. Und dann ist er auch erstmal 12 Sekunden immun. Das heißt, er kann sofort weiterkämpfen. Aber ob das Sinn macht? Naja. Alles aus Events. Auch hier das Belagerungsschlachtfeld. Da gibt es die Schlachthörner. Das Schlachthorn der Allianz. Das ist ganz nett, denn eure Aktionspunkte-Regeneration wird um 34% erhöht. Das heißt, eure tägliche Kraft könnt ihr sehr schnell wieder nutzen. Kraft wird dann bei Honor erhöht, aber okay. Bei dem Kriegshorn der Champions kriegt ihr vorübergehende Trefferpunkte dazu. Und 50% Bewegungsrate. Allerdings nur für 3 Sekunden. Ist also eher so, naja. Dauert auch wieder extremst lange mit dem Wiederaufladen. Oder das Schlachthorn des Belagerungsbrechers. Da kriegt ihr 60 Sekunden lang Crit-Vermeidung um 4000 erhöht. Aber naja. Das Nette daran ist, die Kraft Wiederaufladung um 5% verringert. Aber auch da 600 Sekunden Wiederaufladezeit. Nee, 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 nee. Wer Zen hat und sich Vorsprungspakete für Kampagnen kauft, hat auch noch ein paar andere Teile. Die kann man auch im Auktionshaus denn für viel Astral wieder kaufen. Ob das lohnt? Und naja, man kriegt halt in verschiedenen Kampagnen mehr von der Kampagnenwährung. Der Echolokator zum Beispiel gibt 15% mehr Kampagnenwährung im Abenteuer im Wildraum. Dann hat er auch noch einen anderen Effekt, was gar nicht mal so schlecht ist. Also hat noch eine Schadenstärke von 100. Das ist so lala. Aber er gewährt zusätzlich Kampforteil. Wenn man allein unterwegs ist, macht das durchaus Sinn. Weil dann braucht man keine Gruppe oder keinen Partner, der den Gegnern einen Kampforteil stellt. Sondern man drückt das und hat Kampforteil super gut. Aber die Dinger sind zu teuer. Wenn ihr das Ding nicht schon mit Zen, die ihr aus Astral-Umwandlung irgendwie günstig gekriegt habt, dann macht das keinen Sinn, das im AHA zu kaufen. Astral-Samen gibt 15% mehr Kampagnenwährung von Licht von Sarixis. Und macht 200 Schadenstärke und macht so mehrere Strahlen auf dem Gegner. Das ist aber irgendwie gar kein Schaden. Also das kann man sein lassen. Ich habe hier gerade den Proto-Ebenen-Maschinenkern drin. Der macht 15% mehr Kampagnenwährung für die Dämonennetzgruben. Macht 150 Schadenstärke. Auch das kein echter Schaden. Da geht es wirklich nur um die Mehrkampagnenwährung. Wenn man die abyssischen Risse, die Spalten in den Dämonennetzgruben läuft, bekommt man halt 15% mehr von der Kampagnenwährung, wenn man den entsprechenden Multiplikator eingestellt hat. Das ist ganz nett, aber dafür ist es einfach auch viel zu teuer, um sich das dann zu kaufen. Also da stehen die 15% mehr Kampagnenwährung in keiner Relation zu den Astral, die die Leute für sowas haben wollen. Ansonsten total unnütz. Portobello's Zauberstab der Sicht. Der war mal ganz gut, um durch irgendwelche Türen zu glitschen. Das ist aber auch mittlerweile unterbunden. Zauberstab der Wunder macht irgendwie nur lustige Effekte, die nichts taugen. Timoras Glücksmünze, 500 Wertung und nur alle 10 Minuten? Nein, nein. Ja, und dann gibt's Masken von irgendwelchen Events, wo ihr euch ganz körpermäßig in irgendwas verwandeln könnt. Sitzmöbel gibt's ja auch jede Menge, aber das macht ja auch keinen Sinn, sich darauf dann einfach hinzusetzen und zu hoffen, dass andere für einen den Dungeon beenden. Was noch Sinn macht aus der Charanda-Kampagne Segen des Diamanten. Der erhöht euren Schaden um 5%, 15 Minuten lang. Allerdings ist das sehr aufwendig zu farmen. Da muss man jeweils 100 Diamanten in Charanda-Farm, um das Ding dann aufmachen zu können. Und dann könnte eventuell so ein Segen drin sein, aber naja, das ist sehr aufwendig. Und dafür drückt man's dann auch zu schnell weg und das ist irgendwie 5%, ich weiß nicht. Nein, also macht eigentlich auch keinen Sinn. Natürlich kann man auch Tränke der Trankleiste zuweisen. Ich könnte das also auch ersetzen, kann da also auch mich permanent zwischendurch wieder buffen. Wenn ich sterben sollte, ist ja so ein Flakon der Potenz irgendwie weg. Und den könnte ich da reinpacken, dass ich das einfach nicht hier aus dem Inventar machen muss, sondern einfach über den Schnellwaldplatz mich da wieder buffe. Kann natürlich auch ein Anrufsägen da drauflegen, auch den kann ich der Trankleiste zuweisen und 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 und. Aber die meisten, die ich kenne, nehmen einen Platz für Heiltränke, Heilsteine, einen Platz für mehr Prozente und einen Platz für Schaden. Oder wenn man halt unterwegs ist, irgendwie mehr Währung in den Kampagnen. In diesem Sinne viel Spaß, sucht euch die Sachen aus, packt sie auf die richtigen Slots, die für eure Finger am besten zu erreichen sind. Vor allem der Heilstein, Heiltrank, so dass ihr ihn immer gut erwischen könnt. Und den Rest müsst ihr nur ab und an mal drücken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.